Hallo und herzlich willkommen zu diesem angespielt Video von Root. Das ganze ist ein FPS, aber vielleicht nicht, wie ihr jetzt sofort denken würdet, First Person Shooter? Nein, ich würde eher sagen First Person Stealth Game, also ein Schleichspiel. Das ist die erste Veröffentlichung von Deep Fried Enterprises, deren Slogan Keyboard Melting Games from the Deep in the Swamps of Florida ist. Zu deutsch ungefähr ein Keyboard, also Tastatur schmelzender Spiele aus den Tiefen der Sümpfe von Florida. Und der Slogan passt auch ganz gut zum Schwierigkeitsgrad vom Spiel, aber der Reihe nach. Was ist Root eigentlich? Wir schlüpfen in die Rolle von Edward Summerton und der begibt sich als Hacker in das System einer mysteriösen Firma. Und hier sehen wir mal das Intro zum Spiel. Sieht erstmal nach nicht allzu viel aus, aber wenn wir hier die Tür öffnen, dann sind wir in dem, was das Spiel ausmacht. Wir laufen hier in Ego-Ansicht durch diese von Tromm inspirierte Umgebung. Warum das jetzt in Ego-Ansicht passiert, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich nicht so ganz verstanden. Und die Story des Spiels wird hauptsächlich über diese kleinen Texttafeln hier erzählt, die immer am Anfang des Levels kommen und zwischendurch auch mal, wenn man etwas Besonderem im Level begegnet. Und ja, erzählt wird das Ganze von Shell, ein uns anscheinend freundlich gesinntes Programm. Und der Name kommt auch nicht so von ganz ungefähr. So wie er sich selber vorstellt, ist es tatsächlich die System-Shell, die zwar andere Programme innerhalb der Umgebung aufrufen kann, aber sonst nicht allzu viel Macht über das System hat und auch nicht direkt ins Spielgeschehen eingreift. Das Schöne an der Figur ist, dass die sich offensichtlich selbst nicht so ganz ernst nimmt und auch das Vorgehen hier vom Spieler meistens eher sarkastisch kommentiert. Und er warnt uns hier gerade, dass wir uns an die Gegner, an diese roten Männchen da, am besten eher anschleichen sollen. Und genau das mache ich hier jetzt auch mal. Und dann können wir ihn mit dem Knüppel hier eins von hinten übergeben. Und es ist auch definitiv ratsam, mit der Tab-Taste ihn zwischen Schleichen und Rennen hin und her zu schalten. Und dadurch können einen die Wachen anscheinend schlechter wahrnehmen, wenn man schleicht. Außer natürlich, sie sehen einen, wovor er uns hier jetzt auch warnt. Und ja, ein wunderschönes Beispiel für den leichten Humorgehalt der Aussagen. In diesem Fensterchen. Nicht einfach blind links durch Türen durchrennen. Es könnte sein, dass dahinter sich ein Gegner verbirgt. Und hier hören wir ihn auch schon antrapsen. Ich verstecke mich allerdings lieber mal. Damit er uns nicht sofort sieht. Ich hoffe mal, er kommt jetzt nicht hier um die Ecke. Wir können hier auch mit Q und E um die Ecke linsen. Was man auch definitiv tun sollte, weil... Stop! Wenn man die Gegner hier nicht so schön von hinten erwischt, wie ich das gerade geschafft habe. Ist das durchaus eine gefährliche Angelegenheit. Wenn sie einen entdecken. Ich höre noch einen Gegner. Jetzt hat er mich gesehen. Ja. Und das war's. Ihr merkt schon. Spielerisch erwartet euch hier ein knackig schweres Schleichspiel. Bei dem kleine Fehler ziemlich schnell mit dem Tod bestraft werden. Und die feindlichen Programme, die hier in den Leveln patrouillieren, schießen nämlich eigentlich so ziemlich sofort. Und man selber hält nur wenig, wenig Treffer aus. Wehren können wir uns, abgesehen hier von unserem Knüppel, eben mit der gerade gesehenen Pistole. Und später findet sich auch noch eine Shotgun. Ups. Das hat jetzt nicht funktioniert. Wir können die auch treten. Ah. Was funktioniert? Aber da kommt schon der nächste angerannt. Und ja. Oh Mann. Das war's schon wieder. Das und die doch eher labyrinthartig angelegten Levels machen das echt zu einem richtig schweren Spiel. Dabei ist die Prämisse grundsätzlich erstmal einfach. Wir sollen den Fahrstuhl am Levelausgang erreichen, um damit eine Ebene tiefer in das feindliche Netzwerk einzudringen. Und meistens müssen dafür noch im Level verteilte Keycards eingesammelt werden, um zum Beispiel Türen zu öffnen und auch um Firewalls auszuschalten. Und ich gehe jetzt mal hier aus diesem Level raus. Und wir springen mal in ein späteres Level rein. Weil das erste Level ist, auch wenn ich jetzt gerade nochmal grandios gescheitert bin, eigentlich relativ einfach. Und ihr seht schon, ich bin bis jetzt bis Level 7 gekommen. 10 sind es insgesamt. Wenn ihr jetzt denkt, hm, das sind aber nicht unbedingt viele, muss ich euch noch zustimmen. Wir nehmen hier mal Level 5. Ja, Level 5. Da öffnet sich das Spiel nämlich als zu Anfang. Im Gegensatz zu denen davor. Und hier haben wir die Firewall. Die wir halt umgehen müssen, um dann den Ausgang da unten zu finden. Hm, und jetzt muss ich nochmal überlegen, wie das Level hier aufgebaut war. Ah, da haben wir so eine schöne Keycard. Genau, die hier auch relativ einfach zu finden ist. Und ausnahmsweise mal unbewacht ist. Außer von diesem Typen, der uns im Moment gerade nicht so wirklich beachtet. Deswegen können wir dem fix eine überhauen. Ich muss das Spiel ein... äh, die... Die Clearance-Dingsbums einsammeln. Eben eins... Eines von den drei Objekten, die wir hier finden müssen, um eben da zum Ausgang zu kommen. Ich denke mal, ich werde das Level jetzt hier auch nicht schaffen. Weil ich mich schlicht nicht erinnere, wo die anderen beiden Teile dafür liegen. Oder wie ich am besten dazu hinkomme. Da patrouilliert was. Aha, da hinten. Da hinten ist noch was. Schwer bewacht von einem Gegner mit Schild. Hm. So wie es sich anhört, sind da in dem Raum auch mehrere Wachen. Versuchen wir es nochmal mit der Tür zu öffnen. Okay, der geht weg. Ja, da rechts ist noch einer. Der guckt gerade in die andere Richtung. Das ist super. Und, ui, da läuft noch einer lang. Ähm. Hm. Dreh dich nicht um. Wunderbar. Oh, hier sind sogar zwei. Ähm. Okay. Der stapft da hinten weg. Können wir jetzt dem hier eine überbraten? Aua. Und ich wurde gesehen. Das ist nicht gut. Und das war's. Yeah. Ihr merkt schon. Root ist definitiv kein einfaches Spiel. Und auch wenn die zehn Level erstmal nicht so nach allzu viel Umfang aussehen. Ich habe bis jetzt immer mehrere Versuche für ein Level benötigt. Erstmal schon nur zwei oder drei, um das Level überhaupt zu erkunden. Rauszufinden, wo die benötigten Gegenstände alle sind. Und dann nochmal ein oder zwei mindestens. Um eben die dann tatsächlich auch in einem Durchgang alle einzusammeln und den Ausgang freizuschalten. Und ja, das erzeugt zusammen mit dem wirklich großartigen Soundtrack auch immer eine richtig dichte Atmosphäre. Und leider hindert mich persönlich das allerdings auch daran, Root längere Zeit am Stück zu spielen. Ich kann das nicht genau erklären, warum. Aber schon nach irgendwie einer halben Stunde oder so bin ich dann so angespannt und aufgeregt, dass ich schlicht eine Pause machen muss. Von daher sind die nur zehn Level in Anführungsstrichen. So gesehen vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, weil dann werde ich definitiv nicht direkt an einem Herzinfarkt sterben, wenn ich es dann mal irgendwann schaffe, das Spiel hier durchzuspielen. In guter alter Doom-Tradition gibt es übrigens auch noch Paarzeiten für jedes Level. Also sprich eine Optimalzeit, in der man es schaffen kann, durch das Level durchzukommen. Und außerdem auch noch ein Achievement, das ganze Spiel in weniger als 25 Minuten zu erledigen. Dafür braucht man zwar sicherlich auch einiges an Übung, aber das spricht natürlich auch nicht unbedingt für den Umfang des Spiels. Trotzdem, ich habe bis jetzt, um hier bis Level 7 zu kommen, rund zwei Stunden, ein bisschen mehr vielleicht gebraucht. Und für die letzten drei, denke ich mal, wird auch noch ein gutes Stündchen draufgehen. Also, allzu viel geboten wird hier leider, leider nicht. Aber trotzdem, das Gebotene gefällt mir bislang auf jeden Fall recht gut. Noch die üblichen paar Worte zur Technik. Wie so oft im Indie-Bereich werkelt auch hier die Unity-Engine im Hintergrund. Und beim ersten Öffnen des Launchers musste ich doch dann tatsächlich ein bisschen lachen. Statt den üblichen sechs Voreinstellungen zur Grafikqualität, könnt ihr hier schlicht auswählen, Grafikqualität an. Hm, interessant. Das Optionsmenü fällt dafür ein bisschen umfangreicher aus als bei anderen Titeln. Ihr könnt die Texturauflösung, Anti-Aliasing und die isotropische Filterung konfigurieren. Und außerdem noch ein sehr interessantes Menü aufrufen, das ich so in noch keinem anderen Spiel gesehen habe. Über die Color Preferences lässt sich die komplette Farbpalette des Spiels anpassen. Wer normalerweise eben alles größtenteils in blau und rot gehalten ist, könnt ihr hier die Farben der Wände des Bodens und so weiter anpassen in so ziemlich allen Farben des Regenbogens, die euch einfallen. Wenn ihr zum Beispiel gerne pinke Wände mit gelbem Rahmen habt, bitteschön, lässt sich machen. Was davon leider nicht beeinflusst wird, sind die Objekte und Gegner im Level. Die behalten immer ihre blau, grüne und rote Farbe. Das ist ein bisschen schade, aber dass es überhaupt so eine Möglichkeit gibt, finde ich eigentlich schon ganz cool. Hilft eventuell auch Leuten, die mit Farben sehen, ein bisschen Schwierigkeiten haben. Andererseits dadurch, dass Objekte und Gegner immer ihre Farben erhalten, vielleicht auch nicht so ganz. Audio-Menü auch gut gemacht. Es gibt ein Master-Volume und separate Einstellungsmöglichkeiten für Soundeffekte, Musik- und Umgebungslautstärke. Und bei Bedarf könnten wir sogar die Sounds komplett ausstellen hier. Auch die Konfiguration der Tastenbelegung lässt kaum Wünsche offen. Alles ist frei belegbar. Die Maus-Sensibilität lässt sich einstellen. Die Tasten für Schleichen und Kriechen dienen wahlweise als Umschalter oder wir müssen sie gedrückt halten. Es gibt eine Field-of-View-Einstellung. Und wenn wir es unbedingt wollen, können wir die Story-Text-Tafeln auch ausblenden. In dieser Hinsicht ist das Optionsmenü für ein Erstlingswerk von einem Entwickler wirklich fast perfekt gelungen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass wenn man irgendwas ändert und dann hier anschließend auf Apply, also Übernehmen drückt, es keinerlei Bestätigung dafür gibt. Oder eben das Menü vielleicht geschlossen wird und man zurückgeht oder so. Man muss einfach darauf hoffen, dass das hier tatsächlich gespeichert wird und dann ein komplett unintuitiv mit Cancel, also Abbrechen, zurück ins vorige Menü wechseln. Da besteht noch ein kleines bisschen Verbesserungspotenzial. Ansonsten bietet das Optionsmenü eigentlich so ziemlich alles, was man sich wünschen kann. Bleibt mir noch übrig, ein Fazit zusammenzufassen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, die Gelegenheit bekommen zu haben, das Spiel testen zu dürfen. Denn dieses Kleinod wäre ansonsten sicherlich an mir vorbeigegangen. Für 10 Euro gibt es hier ein stimmiges Paket aus Schleich-Action, interessanter Grafik, trotz des minimalistischen Stils und einem wirklich, wirklich tollen Soundtrack. Wenn euch das hier Gesehene anspricht, kann ich euch wirklich nur raten, die Entwickler mit dem Kauf ihres ersten Titels zu unterstützen. Root ist ein tolles Spiel. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaltet auch bei meinen anderen Videos ein. Im Moment zum Beispiel die Let's-Play-Reihe mit Cities Skylines. Oder ich habe auch eine Runde mit dem Bus in Omsi gedreht. Und ganz besonders freuen würde ich mich natürlich auch, wenn ihr mir ein Abo dalasst und mir vielleicht sogar auf Twitter und Facebook folgen würdet. Ich bedanke mich für all das, sage Tschüss und auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Zaunpfahl.